Hallo, willkommen in meinem Kanal und Küche. Heute ich habe ein wunderschönes Lama-Kuhn-Rezept vorbereitet, das in der Pfanne Pizzle ist. Ich habe die beiden Lama-Kuhns gekocht. Es ist ein köstliches Lama-Kuhn. Ich werde es sofort machen, indem Sie empfehlen, es zu versuchen. Zuerst bereiten wir den Teig des Lama-Kuhns vor. Ich kaufte 6 Tassen Mehl für Teig in meinem Knittbehälter. Ich hatte im Körper ein süßes Löffel Salz hinzugefügt. Nun fing ich an, den Teig zu kneten, indem ich den Saft zum Ton hinzufügte, den ich bereit war, verbrannt zu werden. Ich füge mehr Wasser hinzu, da das Wasser weniger kommt. Ich habe insgesamt 2,5 Tassen Wasser verwendet, um 6 Tassen Wasser in diesem Rezept zu kneten. Das im Entwurf verwendete Wasserglas I. Die Wasserbechergröße beträgt 200 Milliliter. Nach der Qualität des Mehl's von EveryOne kann die Menge des Wassers aus dem Teig variieren. Fügen Sie das Teigknittwasser in einer kontrollierten Art von Azar. Nach dem Aufrauen im Teigknittbehälter kaufte ich es auf meiner Arbeitsplatte. Es ist schön genug, um es wirklich glatt zu machen. Punkt. Es tut mir leid. I teilen Sie das Papier in kleine Teile nach der Verlängerung der Rollenform. Und ich bereite meine Bienense vor, indem ich die Teigstücke in meiner Hand rolle. Nachdem wir die Lama-Croons vorbereitet haben, werden wir 2 von ihnen kombinieren und in der Pfanne kochen. In dieser Stufe muss der Zellstoff in 16 gleiche Teile unterteilt werden. Ich habe zufällig 15 Stück vorbereitet. Ich bin sicher, zu Ihren Augen empfehlen 16 bereiten sich auf Ihre Beze. Ich habe schnell Tücher vorbereitet. Ich verließ den Rest mit einer sauberen Tasche. Ich bin bereit, den Hack des Lama-Croons in der Zwischenzeit vorzubereiten. Ich bestätige 2 trockene Zwiebeln, die ich für den Harper von Lama-Croons ausgeraubt bin. Dann auf 2 Tomaten, 1 große Paprika, 5-6 Stück Spießpfeffer und ein wenig nach dem Hinzufügen von Knoblauch, ziehe ich es aus Rondod an. Wenn Sie Lama-Croon vorbereiten möchten, müssen Sie diese Materialien von einem Rondo zurückziehen. Sie können elektrische Rondoda in dieser Phase verwenden. Ich bevorzuge die Verwendung El Rondo Su, weil es mir leichter geht. Übrigens, ich werde alle Materialien hinzufügen, die ich in meinem Rezept verwendet habe, um die Beschreibung unter dem Video wie immer. Sie können von dort profitieren. Nach dem Versuch ich kann Ihnen die Garantie geben, dass Sie kein Lama-Croon von einem außerhalb erhalten. Es ist viel schmackhafter als die Lama-Croons außerhalb des Glaubens verkauft. Es ist viel leckerer als die Lama-Croons in meinem Rezept verwendet. Viel schmackhafter als externe Masse ist DL-Diasee Farmakamucho M.A. mit Akutes. Ich kann sagen, es ist viel wirtschaftlicher. Darüber hinaus können Sie sich nicht wie Lama-Croon finden, das Sie hygienisch vorbereitet haben. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, mein Rezept zu versuchen, indem ich mir vertrauen. Typ-Bit-Rezensionen Bitte vergessen Sie nicht die Annäherung an alle Bibels Ihrer Schipini. In der Art, wie Sie sagen möchten. Du wirst viel lieben. Ihr reinigt dies mit einer malzematischen Sonde, bis zu einem halben Loch an unserer großen Küste. Du kannst mit deinen Nachrichten kaufen. Sie können es nicht genau außerhalb des Rezepts herausfinden, indem Sie mir vertrauen, sicher versuchen. Ich werde sicher wissen, dass du es liebst. Nachdem alles Gemüse gefallen ist, füge ich jetzt Hefe zu, bis ein halbes Bündel auf der Maldanose, was noch nicht die Notwendigkeit des Lama-Croon ist. Danach füge ich ein wenig dünner, indem ich die Rondonenabdeckung wieder schließe. Wenn Sie eine Menge Lama-Croon-Rezepte haben wollen, die ich zuvor in meinem Kanal veröffentlicht habe. Sie können es vorbereiten, wenn mein Rezept einfach ist, sie zu durchsuchen. Nach allem Gemüse dünne Nüsse, kaufte ich es in einer solchen Schüssel jetzt. Über 350 Gramm Nerz. Ich füge 1 Esslöffel Tomatenpaste, 1 Esslöffel Pfeffersalzer. Dann füge ich Gewürze auf die Gewürze als rotes Pulverpfeffer. In schwarzer Pfeffer und Salz verwendet Quartal-Teeglas. Auch nach Zugabe von flüssigem Öl alle Materialien. Ich mische es zuerst mit Löffel und trage dann einen Handschuh an meine Hand und Ich empfehle, dass Sie diesen Prozess in Ihrem Teig-Joghurt tun, sodass Sie bereit sind. Nachdem Sie den inneren Hack vorbereitet haben, dass Sie sehen, dass der innere Mörtel schmackhafter ist, bekomme ich mehr zum Rand. Dann werde ich die Lama-Croons vorbereiten, indem ich den Rest der Teig-Kicker öffnet und mit dem Kochen beginnt. Ja, jetzt begann ich mit einem Jelava zu öffnen, nachdem ich eine der Bienen und eine Menge davon gekauft habe. Wenn wir diesen Teig hören, können Sie sich in dieser Phase leicht öffnen, um den Teig zu öffnen. Mardaneda ist leichter zu öffnen mit meiner Oxlava, aber wie ist um die Verwendung von Oxlava? Ja, ich bevorzuge diesen Teig jetzt so groß zu sein, dass wir den Teigrand geöffnet haben. Ich werde deinen großen Laden öffnen, nachdem ich zwei der Teig geöffnet habe. Ich werde von einer Seite kochen, indem ich die Lama-Croons langsam vorbereitet, während ich auch andere bin. Ja, ich werde weiterhin Lama-Croons vorbereiten, indem ich den Teig von der Seite jetzt schnell öffnet. 2.2 Ich öffnete den Teig. Nachdem ich den Teig geöffnet habe, gehe ich auf den inneren Tribut, den ich in der Zukunft vorbereitet habe. Ich nehme den inneren Mörtel mit einem Löffel auf den Teig, weil mein leichter in dieser Phase kam. Sie können es auch mit Ihren Händen nehmen, wenn Sie möchten. Der wichtigste Trick, den Sie zahlen müssen, ist die Menge der inneren Mörtel auf dem Teig. Denn wir werden den anderen Teig durch schließen kochen und wir werden einen einzigen Lama-Croon dann zwei Lama-Croon bekommen. Wie Sie gesehen haben, nahm ich den Teiginneren Mörtel. Ich schließe es auf der Wirbelsäule und presse es leicht mit der Banane. In dieser Phase können wir auf jeden Fall die Ränder des Teigs mit unseren Händen drücken. Dann nehme ich meinen Steinbruch, um den Teig in einer solchen Platte zu kochen. Ich wurde gebissen, indem ich die Sonne in meine Vorankündigung brachte. Ich hole den Teig in der beheizten Decke und lasse mich nicht pinkeln. In diesem Stadium, nicht unbedingt kochen Lama-Croons in hohem Feuer. Sie können in moderatem Feuer oder etwas kontrollierter Art kochen. Auf diese Weise sehen Sie, dass der Lama schön ist. Ich komme in den Teig nach dem Teig eine Seite des Teigs. Wie weiter kochen die andere Seite des Endes. Nach den beiden Seiten des Teigs möchte ich dich nach dem Teig genau zeigen. Das Wetter war schön. Wie Sie gesehen haben, haben wir einen einzigen Lama-Croon vorbereitet. Wir erhielten zwei Lama-Croons. Der Kocher ist ein wunderschöner Lama-Croon. Ich sage, ich bekomme mein Rezept von jetzt an alle, die versuchen werden. Ich möchte Ihnen eine kleine Erinnerung machen, während ich die Lama-Croons weiterbereite. Wenn Sie meine Rezepte sehen und wie mein Kanal sind Sie immer noch kein Abonnent oder dieses Rezept einprägen, können Sie mich sofort als Abonnent unterstützen. Wenn Sie den Notrufring öffnen, kommen die Rezepte, die ich geteilt habe, sofort zu Ihnen. In diesem Rezept nennen wir den letzten einzigen Lama-Croon, dass der Lama-Croon nicht herauskam. Wie Sie gesehen haben, ist die innere Hommage auch schön gekocht, wie wir den Teig kochen, indem wir einander schließen. Ein äußerst praktisches Rezept. Wenn Sie mein Rezept in Ihnen mögen, beachten Sie bitte, dass Sie nicht vergessen, einen Kommentar zu machen, wenn es klein ist, die gleiche Taste zu drücken. Denken Sie daran, alle Lama-Croon zu kochen. Ich koche sie schön. Now ich möchte die Textur in Ihrer Nähe zeigen. Lama-Croons sind leicht voneinander getrennt. Im Inneren war es schön. Sie sollten nicht gerne gehen, aber ich bin bereit, unsere eigene Lama-Croon zu Hause vorzubereiten. Ich kann nicht definitiv von außen sagen. Wenn ich im Haus bereite, ist es knusprig und schmackhafter. Sie können sicher versuchen, mein Rezept wie immer. Ihnen die Lama-Croons schneiden. Ich bin bereit, mit einem glaskalten Teers zu dienen. Und ein Geschmack vom Geschmack des Geschmacks. Sie können Materialien wie Marol, Karotte, Zitrone hinzufügen. Wir kamen zum Ende eines schönen Rezeptes hier. Vielen Dank für Sie, mich zu sehen. Du diskutieren in meinen mehr Rezepten. Neben Liebe. Hossakal